Musik Willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, heute ist Ice Queen dran. Ice Queen ist mein zweites Fjordi. Ja, mein erstes und bis jetzt einziges Fjordi von den neuen Modellen. Und sie kommt aus der Star Stable Horses App. Und ja, die Fjordis sind an sich sehr gut gelungen. Das einzige, was mir persönlich nicht so gut gefällt, was vielen anderen wohl auch nicht so gut gefällt, ist der Schweif, wie der geworden ist, farblich gesehen. Aber sonst mag ich sie sehr, sehr gerne. Und ich habe mit ihr leider noch kein Championat gemacht. Sie ist aber ausgelevelt. Ich hoffe, dass ich bald noch mehr Zeit habe, mit ihr auch wieder ein bisschen mehr zu machen. Mal gucken, je nachdem auch, wie das questtechnisch aussieht. Es gibt ja noch ein paar neuere Pferde, die auch noch nicht wirklich bei Quests dabei waren. Und die kommen dann natürlich auch nochmal dran. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht im Winter, wenn dann die Weihnachtsquests kommen, dass wir sie dann wieder mit dabei haben können. Einfach thementechnisch passt es dann ganz gut mit kälteresistenten Pferden vielleicht auch im Weihnachtsdorf unterwegs zu sein. Wir werden es sehen. Ich hoffe erstmal, euch gefällt ihr Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.